einen fluschen guten tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einem weiteren video hier auf meinem kanal im hintergrund ist fabian was fabian palud mit dem glp skin ah ja auch moment mir ist mit der rip ja fantastisch wir haben heute dreamy und tic youtube vielleicht macht er auch youtube dazu einen iconic skin wie er es in den fortnite gibt auch so ich bin ja mal direkt hier wieder effizienz heute spiele ich mal alleine okay ist um zu sehen ob ich du willst aufs maul da kommt her scheiben gleister ich hätte mein zahlen sollen aber ein bisschen das juckt nicht ich muss mir hier auch quick pro stellen und ich hier schon wieder augen krebs damit ich hier alle im visier habe und dieses weiße fantastisch rot haben wir schon rausgebettelt ich glaub der der stressigsten wird ist grün weil er hier schon auf krawall geht das ist ja normalerweise mein job mal sehen ob ich was vom kraften gelernt habe und diese runde ich hier easy get rekt rocken werde oder ob ich einfach nur versagen werde aber das hoffe ich glaube ich nicht das nächste video wird auch wieder ein griefer games video sein denn ich bin fast fertig obwohl 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 ich weiß noch nicht ganz wie es diese woche mit dem bauern auf griefer games schaffen werde weil ich noch für die schule bissel was machen muss das ist keine riesen arbeit aber auch keine kleine deswegen und mal schauen ob ich mit meinem projekt diese woche fertig werde hundertprozentig sowieso nicht ja komm schieter rietes bei dem muss auch direkt worden so ich bringe das war mein haufe coins cookies zurück und haut werde ja doch gleich wieder sonst was um die ohren jetzt habe ich eins zu viel ich habe doch gar keinen moment mal ich muss gleich mal hier platzieren dann kaufen wir gleich mal ein schreien damit ich nicht mehr zu dem geringverdiener in die mitte muss obwohl ich dann nach e da hier wieder hingehen werde 1 2 wo kann ich denn diese scheiße hier hin platzieren nirgendwo kann ich den mist hin platzieren doch hier das ist ja super machen wir hier hinten einfach hin und dann quicks von 75 ja 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 aber die sind glaube ich nicht weiter als ich wer hat sich ein bohrer glaube ich gekauft bohrturm keine ahnung er hat den keks regen ich weiß nicht was er mit den ganzen keksen macht aber auch doch er hat schon einen schreien gut während er angreift wo ich mal einen schreien lehren ich werde so was von der rennt gerade bei mir lang ne tut er nicht bauter kies schon oder was macht alles einzahlen hier zack und dann quicks born aber jetzt könnte ich das machen damit nicht schon mal besser als der kollege nebenan unterwegs rot türkis bot wirklich schon interessant ja okay dann bauen wir das direkt wieder ab damit er lernt dass man das nicht direkt anfängt zu bauen erstens ist es frech und zweitens hast du mich erschrocken gehen wir weg ok ok hat ein 86er pink könnt bisschen was hier die kuppel komplett wieder lost am start aber das macht nicht kein gleich mal zum kollegen neben angehen der lässt ja seine cookies sehr gerne unbeaufsichtig achte zwei base weiter ja geil in der mitte vielleicht komme ich noch rechtzeitig das ist das meine geht alle weg bei mir kriegt der einen dreck so alles eingezahlt hier rabatt einmal damit ich viel mehr coole dinge kaufen könnt als ihr und kann ich eigentlich schon wieder ja müsste ich eigentlich habe ich schon den zweiten schön schreien ihr bau auf arbeit für meine kekse indem ich laufe und wir gehen mal zu kollega eier kuchen wieder zu team palud noch rüber denn wir wollen ja nicht dass er fertig wird so weit wie er schon ist das wäre nicht vorteilhaft und wieder zurück bevor er mich bemerkt dass das alle grüße aus der tablist verschwunden und ich fliege aus meinem blabby chat aber ok 600er pink der hat auf jeden fall ein schönes leben wie sie hier bedienen wir uns auch mal hoppala meine jüde also pvp mit quekrum muss noch ein bisschen hier vor allem in den schreinen ein bisschen üben aber ich kann ja gleich noch mal rüber gehen und denen ein ja super geschenk machen aber erst mal kaufe ich mir noch mal einen schönen schrein damit die sehen dass ich viel cooler und weiter als sie sind und ihr zu mir oder ich kann abruf mal upgrades kaufen das wäre gar nicht mal so dumm ich auch mal mit dem bau jetzt als kollega eierkuchen wird nicht frech müssen der keks regen ist ja in der mitte haha genau das war mein plan so und ciao kakao 200 cookies schmeckt will jetzt abkürzen oder was hat er vor er will meine schreine laufen ja ich werde sowas von drauf gehen nee oder ja er hätte mich einmal hätten müssen was ein dumm kopf ja 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 so jetzt muss ich aber ganz schnell einzahlen sonst bin ich sehr dumm kopf hoch 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 alles rein eigentlich noch nicht bauen werde ich auch noch nicht weil er kommt ja jedes mal angerannt wenn hier jemand baut wie ich gesehen habe schreine glaube mache ich jetzt auch nicht mehr ich gehe jetzt eher auf upgrade zack ähm resistenz könnte ich mir mal holen und dann muss ich mal schauen der baut nix was was macht der typ da drüben eigentlich der hat die ganze runde gefühlt gar nichts er hackt auch irgendeinen plan aus was ist die frage aber das stört mich jetzt auch gerade nicht was der macht weil der hat eh viel weniger als ich weil ich bin der king hier in der runde wie ich schon merke gut ich würde sagen dass ich mir hier mit bauen anfange damit mir hier ein bisschen action reinkommt so zack olipapa die gummi 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 essenz hätte ich gekauft genau da werde ich gleich mal schauen was grün macht bisschen ablenken der kommt 100 pro gleiche rum und schaut sich an was ich hier so fabriziere wann habe ich wann habe ich denn ein rüstungs upgrade gekauft damit weiß ich verrucke der nicht durch meine scheine ok wo ist er ist er direkt vor meiner base oder was war das hier da drüben ja ok ja dem gönne ich sogar der hat gefühlt gar nichts keine ahnung was er macht aber der kriegt so hier gibt gummi und dann äh haben wir den mal ein bisschen aufs mull grün 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 auf geht's zack 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 oh der hat zwei schreine das ist ja fantastisch drei hat er sogar oh den habe ich gar nicht gerade gesehen aber das ist auch egal die gummi 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 und dann gerannt sehr gut dann mache ich hier schnell den turm noch kommt dann nicht hier kriegst du noch ein paar kekse so alles einzahlen wo schon weiter ja hier können die alles dann haue ich nochmal drüben ist der da ja der ist drüben türkis der ist ein freundlicher mitspieler der macht ja nix hier nochmal schön durchlaufen also mal ganz im ernst hier zehn äh dir bringen auch zehn schreine nix wenn du nichts davon kaufst außer schreine beim ernst was ist denn das für eine dumme Taktik der kauft sich gar nichts außer Maschinen und bei mir wird noch gebaut baut der oder ist er zu mir gerannt erst bei mir ist zu mir gerannt das ist ein ach das ist gar nicht der villager die bauen einfach weiter aber Airbus glaube ich nicht mehr ab oder ist es wegen der Resistenz nicht so maßgeblich gut ich habe jetzt 600 seiner Cookies vielleicht 700 seiner Cookies geklaut bisschen gebe ich ihm noch den Rest halte ich ganz schnell wieder ein ach er baut sogar gerade noch das ist ja schön komm dann tun wir den mal ein bisschen hier vollpumpen ey 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 also jetzt wird nicht frech jetzt wird nicht frech jetzt wird nicht frech das ist frech so voll 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 alles rein da ist Fabian tot ne Fabian nicht der grüne meine ich keine Ahnung was der macht ob der im Turm irgendwo steckt ist mir aber auch groß nicht schon wieder Fabian du bist ziemlich frech finde ich das ist mir aber auch egal ist gleich alles wieder nachgebaut ist überhaupt kein Problem ich glaube grün macht unsichtbarkeitsfaktik aber das ist mir Wurst das ist mir sowas von Wurst der kann eh nichts mehr machen hier so pumpe ich da auch ein bisschen rein was macht grün ach grün hallo ne 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 also ich weiß ganz genau was du in deinem Inventar bei dir trägst und du auch aha GG was kommt jetzt ok er leftet der ist bestimmt nett und geht auch einfach raus ja es ist eine super Runde wir hatten wieder die Spezialisten der Spezialisten in meinem äh das sind so die typischen ich mach mein Ding und wenn es brenzlig wird geh ich mal rüber zum Schluss so aber da ist es auch schon zu spät wer durch das Video gefallen hat lasst gerne eine positive Bewertung da falls ihr mal gegen mich in einer Cookieszone antreten wollt äh kommt gerne auf meinen Discord da werde ich dann demnächst äh ja äh ankündigen wenn ich wen für Cookies brauche ansonsten und auch bitte nur äh für Cookies das war eine Frage ich hab nämlich für TTT und Bear Wars Anfragen bekommen was ich aktuell im Moment gar nicht aufnehme aber falls ihr aktuell mit mir äh gegen mich Cookies spielen wollt dann äh schreibt mir gerne äh einfach mal in den allgemeinen äh Chat auf meinem Discord Server und äh dann werde ich mich bei euch melden ich mich bei euch ihr bitte nicht bei mir ansonsten sehen wir uns äh bei einem neuen Video haut rein und ciao Leute los brust wieder ja go is blast is